den Schalter irgendwas was ich übersehen habe ich meine so'n Schalter kann man ja in so'n Textton hier sehr leicht übersehen weil wenn sie so grün-gelblich sind so Bambusform mal da kann man die sehr 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 leicht übersehen ach so hier war das das ist schon ein bisschen anders ja das war der ich bin da mal weg warte mal aha cool ich hab keine Ahnung wie ich denn kommen soll wo ist der Schip? wo bist du? wo bist du? hinter mir! Aaaaaaah EY! OY! EEM! ok WUHU! Warte das Tiki? Ich glaub ich muss ja noch gar nicht hin ich hab Angst geh mir mal weiter geh mir wieder zurück geh mir wieder zurück geh mir wieder zurück ok ähm irgendwo Irgendwie Irgendwo Irgendwo Irgendwann ja auf jedes Wort fällt mir ein Song ein ok ähm ich wette in irgendeiner Hütte irgendwo war ich in der schon? die sieht mir so fremd aus so fremdkörpermäßig guck dir jede Wand genau an und merk sie dir nein aber irgendwo ist doch sicherlich ein Schalter oder ein Hebel oder ein Knopf ein Knopf ein Knopf ein Knopf äh da muss ich doch hoch oder bin ich jetzt bescheuert? ja das sowieso ja das bist du ähh ich bin krank nein ähm was war das? ok Grafik dingstens Feder Bummelchen ha 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 ich hab's überhaupt nicht kompliziert ah oh scheiße scheiße das war der Raum ja mhm ha 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 oh komm Laura oh du kannst ja nicht mal springen du Olle mhm und die Kuh macht Mo ok oh mann mhm ein Schalter ich brauch irgendwo einen Schalter irgendwo muss einer sein aha ne optische Täuschung ah ja das sollte ein bisschen Wutschrei sein ne kann man auch vorher kennen ey komm da muss man hoch Mann das ist ein Winkel scheiße guck dir das an nur bei ihrer eine Hand bei ihrer eine Hand nicht mitspielen jetzt oh scheiße du kommst doch ran man 1 Millimeter guck dir das an die kommt locker ran ja na klar ist natürlich nicht so ich komm da nicht ran Ah, ich bin zu klein. Ich hab meine Abstraffschuhe vergessen. Vergiss da. Nee. Auch nicht. Gut, man muss Spekulationen anstellen. Ohne Ideen kommt man nicht weiter. Wenn ich keine Idee habe, wie soll ich damit weiterkommen? Ich hab die Idee, dass irgendwas in der Hütte irgendwo ist. An der Hütte. Nee, gut, die haben keine Tür, warum brauchen sie dann sowas gegen Schlüssel? Das wäre auch ein bisschen nicht so. Ah, ja. Kleine Ratze. Was? So, wo war das Kristall? Wo war das Scheiß-Kritte? Bist der gewundert, bin ich hier, bin ich tot. Beziehungsweise ich hab ihn dann gefunden und dann... Ja. War der nicht... Aha. So. Ein Medi-Pack gespart. Die Dinger sind doch für was gut. Seht ihr das? Ich bin grad... Scheiße. Äh, ich bin grad voller Motivation, äh, dass ich hier irgendwas gefunden habe. Ich bin einfach nur... Hm, bitte. Bitte, bitte. Es geht sowieso schrecklich nach. Das geht... Ah! Okay, okay. Warte mal, hangeln wir erst mal. Okay, sie kann nicht hangeln. Sie kann... Jetzt. Aha. Nochmal. Hangeln. Sie... Aha. Ja, ich hab... Hm, ich hab die Tasse nach vorne gedrückt, nichts passiert. Ich hab die Tasse nach rechts gedrückt, damit sie hangelt, nichts ist passiert. Ich hab die Tasse nach unten gedrückt. Oh Gott. Oh ja, ist das schön! Oh Mann. Ey, komm schon, so blöd bin ich doch nicht. Da war bestimmt übelst ein großes Stoppschild oder irgendwo hier Hebel ziehen. Wo muss ich lang, wo muss ich lang? Hilfe. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Schalalalala. Hm, das war bestimmt, wo ich drauf wollte. Brich, Felix. Ich muss doch sicherlich irgendwie... Komm schon. Da sind Dinge an der Seite. Da brauch ich einen bestimmten Hebel dazu. Wisst ihr? Hier. Aber... Ja, genau so. Aber wenn du seitlich runterspringen würdest, würdest du nicht so fett sein. Da sind immer ein paar Lücken zwischen denen. Aber nein, wir kommen ja nicht durch. Warte mal. Moment. Da ist doch was. Das sehe ich doch. Mensch, schau auf, um runter zu rollen. Seht ihr das? Ich möchte gerade dahin. Das geht nicht. Okay. Alle Beweise führen zu dem Dach. Ganz klar. Das Dach ist der Täter. Was ist das zum Medipack? Aber hier ist Feuer. Warum ist hier Feuer? Und die Hütte ist größer. Warum? Hätte ich eine Schaufel, könnte ich ja wenigstens graben. Ach, hier liegt ein Medipack. Schön, dass ich das übersehen habe. Seht ihr, so leicht könnte ich jetzt so richtig eine Kiste oder so. Nee, das soll... Oder... Ein Hebel. Alle Beweise führen zu dir soll zu sein. Ähm... Und wenn, dann brauche ich eine Doppelbrille. Weil ich ja keine trage, ne? Ähm... Kann ich auf... Nein, ich vergesse es. Noch mal zurück, wo ich hergekommen bin. Ups. 3%? Nee. Ist okay noch. Langsam komme ich mit meinen Ideen ein bisschen aus meinen Konzer, liebe Leute. Warte mal. Ich bin doch von da hinten gekommen, ne? Hier war ich doch noch dran. Ich will da hoch! Ach, der Rutsch runter. Na klar, wir auch sonst. Ja, da habe ich viel gespuckt hier. Mann. Oh! Ich muss hier hoch. Ich habe schon so viel gesehen, aber... Mann, dann... Dann geh doch hier drauf. Ganz ehrlich. Ah, du bist unmöglich. Darf ich dir das mal so sagen? Ganz ehrlich. Verbringe hier tagelang in dem Dorf ohne Echen! Ohne Zahnputzzeug und ohne andere Putzmittel! Ich wette... Ich hätte doch erst da oben nicht umschauen müssen. So ein Pech hätte nur ich! Mal wieder! Da gibt es doch auch solche Phasen. Ich habe keine Idee mehr. Langsam märkt alles aus. Vielleicht doch im Wasser. Vielleicht ist er da ein Schalter. So ein Unterwasser-Zweih. Hatten wir ja schon ne War. Von daher ist das jetzt gar nicht so unmöglich. Ich glaube, das können wir auch vergessen. Ja, so relativ. Langsam komme ich ein bisschen raus. Raus. Okay! Ich habe keine Ahnung! Ich weiß es nicht mehr. Ich habe... Ich weiß es nicht mehr weiter. Das ist das schlimme Geheimnis. Ach so. Treibsand. Hüttenvieh. Teil! Ähm. Ich dachte gerade, ich hätte nur einen Weg gefunden, aber ich war es ja schon. Äh. Ähm. Das ist scheiße. Ganz ehrlich. Damit geht es nicht zufrieden. Äh. Nee. Oder? Huh! Also, sie fällt sowieso runter. Ja, ja. Warum auch nicht? Nara! Könntest du... Was? Warum ist der da oben? Ah! Treff mich bitte nicht. Tu mir den gefallen. Ach so, wir können ja auch... Machen seitensprung. Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss sicherlich hoch. Oh, das geht doch! Das geht doch! Du kannst auch gelaufen! Nein, kannst du nicht! Oh Mann, ich muss doch sicherlich da hoch. Oder ich bin doch für zu blöd für alles. Echt. Oh, die Intelligenz übersteigt langsam. Echt. Ich wette, ich muss doch... Warte mal, warte mal. Ich hab doch sicherlich noch einen Speicherstein. Oh, ich bin doch clever. Komm, ich bin doch clever. Kissen, du. Oh, ich seh schon 390 und 408. Das ist wieder viel zu weit. Probe nicht. Oh ja! Hm. Hm. Das mach ich auch nochmal. Äh. 408, 300. Ach so, das Insta. Haha, lesen, lesen! Okay. Kann ich hier vielleicht langhangeln? Das wär zu einfach gewesen. Ich versuch's nochmal mit Andor. Vielleicht, wenn sie so einen Hechtsprung macht, dass sie da... Dass sie da Ausnahmen machen. Ja, genau. Nee. Ich muss das Ding hochfahren. Die Frage ist, wie? Haha! Toll! Ah, soweit bin ich auch schon gekommen. Ähm. Hier. Nein, zurück. Nochmal. Noch eins, zurück! Ah, es sieht sowieso aus, ob sie wieder runterfallen würde, die Jute. Oh Gott. Das ist einfach ein bisschen Sherlock Holmes. Nein. Ich muss einfach mal was von zu denken. Schalt deine Haune an, Mensch. Ähm. Ich muss ja. Ich habe hier auch noch was von mir. Ja, die Haune hat. Ich bin ja. Ich bin ja... Ich bin ja...